Hier präsentieren wir die 5 besten Dampfbügel-Tische Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. LiveHide 761080 Bügel-Tisch E-Aktiv M. Dieses Design ist eher leicht und hat auch wenig Masse. Dies zeigt an, dass die Platine 118 x 38 cm misst und die Höhe von 75 bis 100 cm eingestellt werden kann. Es gibt 6 Ebenen. Das Regal hat eine Größe von 26 bis 31 cm und ist auch nur als kleinere Dampfbügel-Station ideal. Das Gewicht des Gadgets beträgt 7,5 kg. Diese Variante hat eine Saugfunktion und eine Inflationsfunktion. Auf diese Weise kann eine große Faserdurchdringung erreicht und der überschüssige Dampf schnell freigesetzt werden. Dies ermöglicht ein faltenfreies Bügeln. Nummer 4. Rabantier 220.944 Dampfbügel-Tisch Steam Control. Das Bügeln mit Dampf nimmt immer mehr an Attraktivität zu, weil schwerer Dampf zu weitaus besseren Bügelergebnissen führt. Dennoch kann mehr Dampf zusätzlich dazu führen, dass Kondenswasser durch das Bügelbrett auf den Boden rieselt. Um dieses Problem zu lösen, hat Rabantier ein einzigartiges Bügelbrett mit Dampfsteuerung geschaffen, das lediglich komprimierten Dampf sammelt und entleert. Produktinformation Kein Wasser mehr auf dem Boden Sammeltablett und auch Aquaboof zur einfachen Sammlung von komprimiertem schweren Dampf mit ausklappbarem Schwerdampf. Dampfstationshalter im ergonomischen Layout höhenverstellbar auf die optimale Arbeitshöhe 77 bis 96 cm Kindersicherheitswerkzeug. Vermeidet das Bügelbrett. Das versindlich zerbricht Garantie 10 Jahre Kapazitäthöhe 100,0 cm Größe 48,0 cm Tiefe 150,0 cm. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Venco Bügeltisch Professional Der Bügeltisch-Expert von Venco ist der Profi unter den Bügeltischen. Der Umschlag im modernen Stil aus Baumwolle ist mit Moltonpolsterung ausgestattet, die hilft, sorgfältig und ohne Falten zu bügeln. Die Struktur des Bügeltisches Expert besteht aus pulverbeschichtetem, speziell gesichertem Quadratrohr mit den Maßen 35 x 20 mm und ist außergewöhnlich stabil. Eine eingebaute Kabelführung mit Sockel nutzt noch mehr Nutzen. Nummer 2. Siemens TN 20350 Aktiv Bügeltisch Am energetischen Bügelbrett mit Heizung und auch Saugfunktion, Ventilator sowie groß im Stauraum können Sie Ihr Waschen noch schneller genießen. Die integrierte Heizfunktion trocknet Tischbezüge sowie Textilien beim Bügeln. Kondensation wird effektiv reduziert. Über eine feuchte Bügeltischabdeckung muss man nie noch einmal betonen, unbequeme Wartezeiten gehören der Vergangenheit an die integrierte Hausheizung trocknet sowohl die Abdeckung als auch Ihre Textilien beim Bügeln aus. Die Kondensation auf dem Tisch wird effektiv reduziert. Und die Nummer 1 unserer Liste. Live-Height-Bügeltisch AirActive Express M Das Bügelbrett ist sehr kompakt, da es eine Bügelfläche von 118 x 38 cm hat. Der Lagerort beträgt 26 x 31 cm. Wenn Sie möchten, können Sie das Gadget von 75 bis 100 cm einstellen, da es 6 Grad gibt. Das Gesamtgewicht des Boards beträgt 8 kg. Die Tabelle hat eine Inflationssaugen-Funktion. Der Dampf wird direkt in ein Produkt der Kleidung geschoben und behandelt. Mit der steigenden Lebenshaltungskosten-Funktion pumpt die Bügelfläche nach oben, um sicherzustellen, dass Sie ohne Falten bügeln können. Das Kondenswasser erreicht die untere Stelle. Es gibt keine Heizfunktion für diesen Artikel. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Das Kondenswasser wird direkt in eine Inflation von 31 bis 19 Uhr eingef Corporation gewählt. browsers